Robert De Niro ist Jackknife. Aufgewacht, die Sonne lacht! Nicht so schnell. Ist das schnell? Darf ich Sie zu einer Tasse Kaffee einladen? Gehen Sie sich bloß nicht weg. Ich bin gleich wieder da. Wasch uns, Max. Ich habe eine Verabredung mit einer Dame. Entschuldige, Joseph. Ich bin noch nicht ganz... Ich bin's wirklich. Einfach ein verrückter Verführer. Das bin ich. Mögen Sie Sport? Ich? Wie verrückt? Welchen denn? Sport. Der hat zum Beispiel als Kind. War ich öfter bei meinen Vettern auf dem Land. Wir kämpften mit Pferdescheiße. Mann, sind die Äpfel geflogen. Ich war spitze da drin. Und dann war ich auch sehr gut im Demolier von Lastwagen. Was ist los mit dir? Er ist ein Versager, auch wenn du das nicht wahrhaben willst. Halt ab, David. Setz dich in eine Bar und besauf dich. Oh nein. Dann halt die Klappe. Was denkst du dir? Ein Versager. Der Versager bist du, mein Lieber. Jackknife. Ein Film über eine verlorene Generation, die nach einem neuen Lebensgefühl sucht. Geh nicht zurück, Bobby. Jackknife ist tot. Geh nicht zurück. Er ist tot, Bobby. Jackknife ist tot. Aber Bobby ist doch zurückgegangen. Hä, David? Bobby ging doch. Jackknife. Die Begegnung mit ihm verändert alles. Robert De Niro, der wohl faszinierendste Schauspieler der Gegenwart. Robert De Niro ist Jackknife.